Hi meine Lieben und ganz herzlich Willkommen zu unserem ersten Let's Play mit dem neuen Update Souls of the Frozen Frontiers. Wir gehen natürlich heute los und starten zusammen ins neue Gebiet. Ich bin wirklich übel gespannt, was uns da erwartet. Ich habe hier von den NPCs auch schon alle neuen Quests angenommen. Und wie ihr seht, führen sie uns hier hin, das ist in der Nähe von den Nomaden anhören. Und ja, jetzt weiß ich nicht, ich denke, wir gehen natürlich hier auf jeden Fall mal zuerst hin. Und ich bin richtig gespannt, was uns erwartet. Wenn wir uns jetzt mal die Karte so komplett anschauen, dann sehen wir auch, dass sie ein bisschen überarbeitet wurde. Wir haben neue Symbole für den Schrein der Flamme zum Beispiel oder für den Elixierbrunnen. Und generell sind sie ein bisschen kräftiger in der Farbe geworden, würde ich jetzt mal behaupten. Wir haben natürlich jetzt auch wieder mehrere Altäre, die wir platzieren können. Und wie ihr vielleicht schon sehen könnt, bin ich maximal unvorbereitet hier in meiner Aktionsleiste. Das liegt daran, dass ich meinen ganzen Staff auf unserem Community-Server irgendwo verschmissen habe. Ja, genau. Und was heute auch ausbleibt, ist die Kamera. Denn ich möchte natürlich, dass ihr das volle Spielerlebnis habt. Und ja, ich würde mal sagen, hallo Schmied, wieso hockst du hier in den Blumen? Dass wir gleich mal losstarten. Und deswegen düse ich jetzt zum Startpunkt und wir sehen uns dann gleich wieder. Wir sind angekommen bei der Passage zu den Alberpracht-Gipfeln. Hier geht es rein und ich glaube, ich hätte jetzt gesagt, dass ich mir einfach mal hier in den Altar hinsetze. Ich weiß ja nicht, was kommt. Und so haben wir auf jeden Fall schon mal was da. Ich bin jetzt richtig gespannt, was uns jetzt hier drinnen erwartet. Es ist immer richtig geil, irgendwie neue Sachen zu erkunden und zu schauen, was es so Neues gibt. Und alles einfach auf sich wieder neu zukommen zu lassen. Hier sieht es mal jetzt aus, als wäre es erstmal irgendwie verlassen. Wir gucken es uns natürlich trotzdem genau an, denn im Prinzip gibt es ja immer irgendwo alles. Ich glaube, ich lege mich jetzt mal schlafen. Oder haben wir es gar nicht Nacht? I don't know. Gerade war es noch Tag, aber hier drinnen sieht es einfach so dunkel aus. Als wäre es halt schon wieder finster. Gehen wir mal da hoch. Fackel habe ich jetzt vergessen mitzunehmen. Das ist natürlich sehr blöd. Aber naja gut, kann ich dann jetzt auch nicht ändern. So, was haben wir denn hier? Also wir können nicht hier lang gehen, auf jeden Fall. Was ist hier noch? Hier sind nur noch Felle, die brauche ich aber jetzt nicht. Und ja, dann lasst uns doch mal da lang gehen. Und ein bisschen gucken. Hier ist auch nochmal was. Was gibt es hier? Hier kann man was durchsuchen. Getrocknetes Fell und Tierfell. Naja, okay. Das ist uns wohl bekannt. Und das ist also nichts Neues. Hier glaube ich, haben wir anscheinend mal Vuka gewohnt. So wie mir das ausschaut. Lettern wir mal da rauf und gucken, was da so ist. Es tropft auch hier in der Höhle. Habt ihr das gehört? Federn und Tierfetzen. Beziehungsweise Fellfetzen. Da kann ich mich hochwurschteln. Okay. Da hinten steht eine Kiste, habe ich schon gesehen. Dann gehen wir mal zu der. Und gucken. Kopfstampfer. Eine Nahkampfwaffe. Schaden 78. Wow. Das ist natürlich nicht schlecht. Die nehmen wir dankend an. Und da unten rennt auch ein Vuka rum. Jetzt gucke ich trotzdem noch mal, was hier sonst so ist. Gehen wir einmal hier rüber. Jetzt schauen noch hier nach. Aber auch hier ist jetzt erstmal auf den ersten Blick nichts zu sehen. Gut, dass die Vuka freundlich sind. Wartet mal, was haben wir hier? Ich habe nicht mal Abbauwerkzeuge. Ich bin sowas von unvorbereitet, Leute. Das ist doch nicht mehr schön. Kann man jetzt auch gar keine machen. Sehr, sehr scheiße. Und wir haben einen neuen Ort gefunden. Die Grube. Wer den anderen eine Grube gräbt. Ja, ja. Und hier sehen wir schon. Ist auf jeden Fall neuer Boden. Dieses Gras hier. Das kenne ich noch nicht. Ist auf jeden Fall geil. Was haben wir denn hier? Eine Brandbombe mit Halschrott und Federn. Die Brandbombe ist, glaube ich, auch neu. Die behalten wir jetzt mal und schmeißen sie noch nicht gleich. Und dann, ja, gehen wir einfach mal hier unseren Weg lang, würde ich sagen. Darunter will ich nicht, weil da ist rotes Miasma. Oh, und hier haben wir schon einen Gegner. Den machen wir jetzt aber mal plätt. Und da ist der Nächste. Die Dolche machen total Spaß zum Spielen irgendwie. So, wo geht's denn jetzt lang? Hier sieht's aus, als könnte man überall hin. Da lang. Kann man da lang? Nee, okay. Aber man kann hier hinten lang. Und man kann aber auch da lang. Ja. Ja, okay. Dann schauen wir doch erstmal in die Richtung. Was hier so abgeht. Vielleicht ist ja da irgendwie eine Höhle, wo wir noch was finden können. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Hä, wo ist er jetzt hin? Tja. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Es gibt viel zu viele Wege. So. Hier kommt man auf jeden Fall mal rauf. Okay. Dann schauen wir doch mal, was hier jetzt ist. Ich seh neue Bäume. Ah, nice. Cool, cool. Ich ärgere mich so, dass ich nichts zum Abbauen dabei hab. Das könnt ihr mir nicht glauben. Was haben wir hier? Pflanzenfasern. Sammeln wir mal schnell ein. Guckt mal. Ein erster Eindruck vom neuen Gebiet. Sehr schön. Oh, schaut mal, was da oben ist. Was ist das hier? Sieht auch neu aus. Dann setzen wir uns jetzt hier mal ein Flammenaltar und ich hol mir jetzt was zum Abbauen. Tada, als wäre nichts gewesen. Ich habe uns eine Spitzhacke und eine Axt besorgt und jetzt bin ich gespannt, was hier rauskommt. Amethyst. Wir haben auch neue Rezepte bei der Jägerin freigeschaltet und Granit. Geil. Richtig geil. Ich habe jetzt hier mal alles abgebaut, weil man kann ja nie wissen, wofür man es am Ende dann braucht. Das finde ich auf jeden Fall cool, dass wir jetzt schon ein neues Material entdeckt haben. Hier haben wir noch eine Kiste. Ich brauche einen Dietrich. Oh mein Gott. So, und ganz witzigerweise habe ich plötzlich Dietrich hier dabei. Wie kann das denn nur sein? Ah, was haben wir denn überlegener Mana-Trank und besseres Gegengift. Sehr schön. Dann setzen wir unsere Reise fort und erkunden. Mich würde jetzt aber nur noch mal kurz interessieren, was das hier ist. Das ist auch Granit. Das ist auch Granit. Okay. Und hier haben wir ja ganz normale Erde. Alles klar. Was ist mit dem Boden? Ah, grauer Granitwegblock. Sehr schön. Da haben wir ja dann schon wieder was Neues entdeckt. Und wenn wir schon mal dabei sind, schauen wir mal, ob es hier auch neues Holz gibt. Holzscheite. Okay, also von dem Baum jetzt nicht. Schauen wir uns den natürlich noch an. Was hat der? Auch Holzscheite. Alles klar, dann scheint da jetzt wohl nichts Neues zu sein. Ah, ich weiß gar nicht, wo ich lang gehen soll, weil ich alles auf einmal sehen will. Aber wir bleiben jetzt erstmal hier auf dem Weg, würde ich sagen. Was ist das hier? Ganz normale Pflanzenfaser. Und hier haben wir auch schon unser erstes neues Gebäude im neuen Gebiet. Ja, cool. Mit Gräbern natürlich. Was ist hier? Ah ja, sammeln. Okay. Ich glaube, wir machen uns hier mal kurz den Weg ein bisschen frei. Und hier haben wir Moos. Aber das kannten wir ja schon. So. Ja, was ist denn hier so los? Was ist denn das hier? Ach so, das sollen die Äste von dem umgefallenen Baum sein. Okay, I understand. Das sah gerade irgendwie merkwürdig aus. Jetzt können wir aber gleich nochmal. Hier ist, glaube ich, eine Geheimtür oder so. Was kommt denn dabei raus, wenn ich das kaputt mache? Sandstein. Und hier ist jetzt nichts drin oder was? Das ist ja schade. Gut, da ist nichts. Dann wird hier wahrscheinlich generell nichts sein, schätze ich mal, wie es ausschaut. Können wir noch dahinter gucken, aber nee. Hier ist leider auch nichts. Okay. Dann düsen wir doch weiter. Jetzt können wir, ja, ich glaube, in die Richtung gehen. Mal gucken. Was erwartet uns denn da unten? Oh mein Gott, Leute, das Wasser. Wie geil ist das denn? Aber ich würde sagen, wir folgen trotzdem dem Weg weiter, denn irgendwann werden wir bestimmt ans Wasser kommen. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Ja, irgendwas, was hier mal war. Ich kann euch nicht sagen, was, ob es vielleicht eine Brücke war. Aber runter kommen wir da auf jeden Fall nicht. Hier haben wir dann unseren ersten Speicherpunkt. Hast. Hier geht ein Weg lang und hier rauf. Was haben wir denn hier? Machen wir mal kaputt und schauen, was da so gibt. Aber ich glaube, ist jetzt auch nichts Besonderes. Nope. Ich höre was. Oh, da ist ja die Bergziege oder was. Hallöchen, du. Keine Angst, ich tue dir nichts. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt von mir, wie man Tiere zähmt, dann schaut auf jeden Fall in meine Entschrouded Playlist. Da habe ich euch alles erklärt. Okay, ja, jetzt haben wir hier eine Höhle mit Vukas. Was habt ihr denn hier so in euren Behältnissen? Ist das irgendwas Neues? Nein, das ist nur Stein. Gut, dann hat der wohl hier nichts. Zumindest sehe ich nichts. Nö. Passt. Haben wir die Höhle auch erkundet. Jetzt überlege ich gerade. Ich würde gerne hier lang gehen. Hier haben wir auch nochmal Amethyst. Äh, zumindest war hier gerade was. Ich habe zwar nichts abgebaut, aber naja, gut. Naja, gut. So, von hier sind wir gekommen. Hey, ist das da oben eine Höhle, Leute? Sieht irgendwie so aus, ne? Wie kommt man denn da hoch? Kommt, das gucken wir uns jetzt mal an. Vielleicht über hier. Hier, und was haben wir da? Ist das Eisen zufällig? Ne, das ist doch Eisen. Sehr schön. Dann wissen wir, dass hier auch ein Eisenvorkommen ist. Dann schauen wir da rauf. Wenn ich hochkomme. Oh mein Gott, ja. Oh, wow. Geil. Das ist also quasi eine Amethyst-Höhle. Sehr schön. Oder was heißt Höhle? Ja, so ein Ding halt, ne? Gut. Habe ich mir markiert. Dann können wir ja von hier auch wieder runter. Wow, Hilfe. So. Alles klar. Lasst uns weitergehen. Mit Zeit für ein paar Gegner, würde ich sagen. Zumindestens wäre es cool, wenn jetzt welche kommen würden. Und was ist denn das hier? Das sind Gegner, ja. Woll ja. Wunderbärchen. Dann schauen wir, was uns hier erwartet. Tor, Außenposten, Drifa. Na gut. Ich schleiche mich mal hier hoch. Und guckt mal, was die anhaben. Die hatten was an, was ich noch nicht kenne. Wir können hier Silbererz haben und Granit. Und mit Silbererz haben wir die Handschuhe des Frostschlitzers bei der Jägerin freigeschaltet. Und ein Kerzenhalter aus Stahl bei Schreiner. Geil, oh Mat. Tür ist blockiert. Ah, jetzt ist sie plötzlich auf. Witzig. Ach, oh, oh mein Gott, weil Gegner kommen. Help. Gott, wer ist denn er? Plünderer-Tyrannen. Okay, so viel hat die jetzt noch nicht drauf. Und schon haben wir sie platt gemacht, die gute Frau. Wir haben einen Kristallwasserstab. Hört sich auch nicht schlecht an. Cool. Und hier oben ist was zu lesen. Aber erstmal... ...müssten wir alle platt machen. Wir lesen das gleich. Wir schauen uns hier um. Und hier sieht es aus, als wäre es quasi wie so eine Art Gefängnis. Das ist auch interessant. Und hier einfach so ein Gefängnis mitten in der Wallachai. Mit Toilette und wieder einem, der beim Kacken gestorben ist. Witzig. Hier haben wir eine Kiste. Hallöchen. Ring des Frosts. Plus zwei Frostbeständigkeit. Den rüsten wir uns doch gleich mal aus. Hallo. Mana Ausdauer Lebenspunkte. Dann tun wir ihn hier mal tauschen mit dem Ring des Frosts. Perfekt. Können wir jetzt hier noch irgendwo hin? Glaub nicht. Hier ist ja auch nichts mehr, außer halt die Kisten. Aber da ist ja meistens nie was Gescheites drin. Oh, guck mal hier. Wie heißt das Ding hier? Ich habe es vergessen, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Wunderbar. Ach so, wir konnten da oben ja noch was lesen. Was machen wir mit den Gefangenen? Was sollen wir mit all diesen Gefangenen machen? Ich habe eine Idee. Uns geht das Essen und der Brennstoff für das Feuer entsetzlich schnell aus. Das klingt nach einem lösbaren Problem, oder? Ja, das tut es wohl in der Tat. Und hier haben wir hier Schönes. Eine Kiste. Feuerehrlich-Beschwerung. Und hier sieht aus, als hätten sie damit gegen irgendwas oder irgendwen gekämpft. Ist auch interessant. Geht's denn hier noch weiter hoch, ja? Wirklich in der Tat. Wirklich in der Tat. Hier mit den Tree-Budgets. Oder Tree-Bouget. Okay. Sehr cool. Hier kann man noch lang. Äh, halt. Ich habe nur eine Axt. Obsidian-Pfeil. Den kenne ich aber schon, sonst hätte ich was Neues gelernt. Wir können reparieren. Sehr gut. Alle Gegenstände repariert. Was haben wir denn hier? Spinnis. Ihr seid aber nett zu mir, denn ich bin auch nett zu euch. Kupferbarren. Ah ja, hier ist eine Kiste. Kristallmesser hört sich auch sehr interessant an. Was können die denn? 33 Schaden, Parierkraft, Angriffsgeschwindigkeit, Schleichangriff, bla bla bla. Wie viel haben meine? 32. Hm. Ich bleibe bei meinen dabei erst einmal. Cool. Dann haben wir hier auch noch eine Kiste gefunden. Jetzt frage ich mich natürlich, ob ich da noch irgendwie weiter rauf kann. Das müssen wir jetzt noch schnell nachschauen. Aber ich glaube tatsächlich nicht, oder? Hier sind wir doch schon durch. Ah, hier geht's hoch. Haha. Guckt mal an. Also wenn ich hier in der Zelle sitzen müsste, dann wäre das ganz chillig. Also zumindest, wenn kein krasser Wind oder Regen kommt. Hier ist auch eine Zelle. Also ich finde das Gefängnis hier ist richtig cool aufgebaut, muss ich schon sagen. Obballa. What is this? Seele sammeln. Anton Godwin. Wir haben eine Seele entdeckt. Was machen wir denn mit der Seele? Das gucken wir uns dann noch an. Jetzt gehen wir erstmal ganz rauf. Und haben hier eine goldene Kiste. Außergewöhnlicher Ring der Ausdauer. Coole Sache. Was ist das? Kann ich einmal Ruhe haben. Nur einmal möchte ich mich hinsetzen und herzhaft in mein Sandwich beißen, ohne dass der Berg im Hintergrund bedrohlich dröhnt. Der Boden bebte so stark, dass ich sogar mein Essen fallen ließ. Ich meine, echt jetzt? Ich versuche hier zu essen. Musst du wirklich die ganze Zeit röcheln und schnaufen? Ich dachte, dieser Ort wäre weit genug von der geflügelten Bestie entfernt. Aber irgendwie findet sie immer noch einen Weg, mich zu stören. Das Schlimmste ist, dass ich mein Sandwich auf den Kopf des Aufsehers fallen ließ. Jetzt muss ich für die nächsten zwei Monate das Bad schrubben und mein Sandwich ist weg. Das ist das Schlimmste. Ja, also da muss ich sagen, das finde ich auch wirklich richtig belastend. Denn, ja, Sandwich ist schon was Geiles. Cool. Wir düsen einmal hier runter. Denn ich glaube, dass wir hier fertig sind. Und wir haben rohes, fettes Fleisch. Das ist auch was Neues. Das gucken wir uns dann auch noch an. Gehen wir mal hier hoch. Aber hier ist soweit nichts mehr. Okidoki. Ich würde sagen, wir gehen einfach noch weiter. Dann wird halt der Part vielleicht einen kleinen Ticken länger. Aber das soll uns nicht aufhalten, oder Leute? Vielleicht würde ich ganz gerne Folgendes machen. Mir hier mal ein Altar hinsetzen. Und dann gehen wir zurück und gucken uns das Wasser an. Also ich glaube, wir waren hier überall, ne? Ich glaube schon. So, dann einmal zurück. Beziehungsweise können wir doch von hier einfach runter, oder? Ja. Dann machen wir das mal hier hin zum Beispiel. Hier haben wir wieder einen VUCA-Zeremonie-Hügel. Und gibt es hier irgendwas Tolles? Außer, warte mal, Schrein der Flamme. Und ich habe acht Funken gesammelt. Krass. Acht Stück auf einmal. Das ist natürlich nicht verkehrt. Ich glaube aber, hier ist sonst auch nichts weiter bei den VUCA. Was haben wir hier? Hier haben wir Äste. Ich weiß jetzt nicht, ob was drunter liegt. Aber wir können ja mal kurz gucken. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Äste kann man immer gebrauchen. Na, da liegt nichts drunter. Super. Hier führt auch ein Weg lang. Oder was ist das? Keine Pläne. Hier haben wir ein Hasilein. Gehen wir mal hier durch diese Steppe. Und da hinten haben wir nämlich auch eine Hülle. Warte mal, was ist hier? Hier sieht es aus wie so ein kleines verlassenes Cam. Was ist da? Eine Kiste. Hä? Kannst du? Danke. Axt des Verfechters. Nahkampfwaffe. Die sieht auch richtig cool aus. Very nice. Gibt es denn hier sonst? Ah, halt. Nadelbaumstämme. Wir haben Nadelbaumsetzlinge. Und können dadurch eine ganze Menge neues Zeug beim Schreiner machen. Sehr schön. Ja, man muss tatsächlich echt immer alles anschauen. Ja, okay. Wir gehen hier runter und haben hier Tiere, die wir noch nicht kannten. Wir werden jetzt mal schauen, was der so aushält. Okay, so viel auch nicht. Aber wir können was bei ihm plündern. Und zwar das rohe, fette Fleisch. Und Rohwolle. Dadurch können wir jetzt warme Polsterung machen. Cool. Gibt richtig viel neues Zeug. Ach, das ist ja gefroren. Guckt mal, ich laufe hier auf der Stelle. Oh mein Gott. Was ist das hier? Wow, sieht irgendwie verspult aus. Eis. Eis. Wir haben Eis. Nice. Kann ich das hier auch machen? Ja. Gut. Aber leider keinen Eisbaublock. Das ist schade. Das ist wirklich, wirklich schade. Naja, vielleicht finde ich ja noch einen. Ich lasse mich mal überraschen, würde ich sagen. Und jetzt schauen wir mal. Unter die Brücke, oder? Ob hier irgendwas ist? Weil, kann ja sein. Hier ist aber nichts. Okay. Dann versuche ich mal, mich hier irgendwie hochzuwuseln. Und hier haben wir auf jeden Fall eine Höhle. Schauen wir uns da um. Ach, auch wieder eine Vuka-Höhle. Okay, passt. Und dann schauen wir hier entlang bei dieser Brücke. Sag mal, sind diese Fensterdinger neu? Ich glaube, die kenne ich noch nicht. Ich glaube, die sind neu. Na gut, das ist halt einfach wirklich nur eine Brücke zum Drübergehen. Hier haben wir ein Foy-Foy. Und ja, jetzt lasst mich mal auf die Karte schauen. Wo sind wir denn eigentlich? Genau, hier haben wir ein Zuhause. Hier haben wir eins. Wir müssen jetzt sowieso in diese Richtung, um zu der einen Quest zu gelangen. Ja, dann. Auf geht's. Machen wir die noch. Das sieht so cool aus. Oh, was ist da? Ach, wieder ein Dingsi. Ein Dingsi-Dingsi. Ein Jack oder wie die heißen. Gibt es hier irgendwas Schönes? Hier sind wieder Ziegis. Sonst aber nichts. Aua. Und hier hätten wir wieder Eisen. So. Und ich glaube, wir müssen da lang. Hier haben wir aber noch ein Feuer. Dürfen wir nicht übersehen. Ist hier irgendwas? Hier sieht es aus, als wären da Knochen oder so. Aber leider nichts drunter. Wo geht's denn hier jetzt lang? Wieder zu so einer Vuka-Stätte? Sorry, Leute. Da müssen wir jetzt noch kurz rein und uns das anschauen. Ich glaube aber, ich habe recht. Die Grube. Da waren wir ja schon. Okay. Ja, vielleicht kommt man dann hier einfach raus, wenn man den anderen Weg durch die Grube läuft. Ich glaube, das macht Sinn. Das heißt, wir können, denke ich mal, hier erstmal in Ruhe rauslaufen. Wenn hier irgendwie noch was ist, was ich jetzt übersehen habe, dann schreibt mir das natürlich liebend gern in die Kommentare. Und dann gucke ich natürlich beim nächsten Mal auch nach. Aber wir gehen jetzt zu der Quest und lassen uns hoffentlich nicht mehr ablenken. Haha. Immer leichter gesagt als getan, ich weiß. Aber hier ist halt auch ständig irgendwas. Neuer Ort markiert. Wunderbar. Best aktualisiert. Wir gehen aber natürlich von oben rein. Oh, hier kommt man runter. Tja. Brakenshafen. Schauen wir doch mal, was Brakenshafen uns so zu bieten hat, oder? Gibt es hier irgendwas? Warte mal, was ist das? Ach so. Nichts Wichtiges. Mach auf. So, jetzt lasst es mal Licht werden, damit wir was sehen, Leute. Das kann doch sonst so nicht weitergehen. Also hier ist jetzt nichts. Dann lasst uns mal rauf. Schauen, ob hier irgendwas los ist. Nägel. Hier ist auch wieder jemand gestorben. Silberbahn. Verzierter Granitdachblock. Und Silberbarin. Ja, schau an. Muss einfach nur alles Mögliche in der Gegend zerstören. Dann findet man auch was Neues. Die Fenster hier, glaube ich, kenne ich auch so noch nicht. Gefallen mir aber auch ganz gut. Gucken wir mal weiter. Ich weiß nicht, ob hier Gegner sind. Brakenshafen-Ziegenhof. Hier könnt ihr euch Ziegen zämmen. Zehn Ziegen zogen. Zehn Zettnerzucker zum Zill. Das müsste dann wahrscheinlich der Stall sein. Und ich bin mir nicht sicher, aber ist das hier nicht auch neu? Ja, genau. Das sind die Nadelbaumstämme. Ich brauche Licht. Hier ist nix. Okay. Ah, was passiert da hinten? Woran ist die jetzt gestorben? Hä? Oha, wie schnell es halt dunkel geworden ist. Okay. Gut. Was haben wir denn hier so? Fässer. Lass die mal kaputt machen. Zumindest so ein bisschen, aber die hatten jetzt auch nichts Interessantes dabei. Was gibt es hier so? Eisenhut. Hier geht es rauf. zu einer Kiste. Mit Kettenheilung. Und hier nehmen wir mal den Garn mit. Für alle Fälle. Jetzt sitzt hier aber noch in dieses Haus. Warte mal, was ist das? Ach, mir erst mal Flüssigkeit. Genau. Gut. Hier ist auch nichts. In dem Haus waren wir schon. Das heißt, wir könnten hier runter gehen. Was wir, glaube ich, auch tun müssen. Genau. Aber meine Lieben, ich denke, das machen wir im nächsten Part. Ich setze mir jetzt hier nochmal einen Flammenaltar hin. Dass wir uns dann auch genau hier wieder treffen können. Ich fand, wir waren für den ersten Part wirklich sehr effektiv unterwegs. Und haben auch einige coole Sachen schon gefunden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bye, bye.